Der Bäcker. Okay. Sie backt Brot. Brot bedeutet Bread. So. Und sie? Ja, richtig. Die Bäckerin. Die Bäckerin. Okay, sie arbeitet im künstlerischen Bereich. She works at the artistic sector. So, ja, wir können sagen, die Dächterin. Ja, die Dächterin. Es gibt auch die Schauspielerin. Ihn siehst du im Kino. You see him at the cinema. Hier ihn auch bedeutet him. So, der Schauspieler. Aktor. Der Schauspieler. Okay, sie arbeitet im Krankenhaus. Sie arbeitet im Krankenhaus. Ist der Akzt oder die Akztin? Sie, so, die. Die Ärzten. Die. Ja. Ärzten. Okay. Sie macht Tiere gesund. Tiere bedeutet Animals. So. Gesund bedeutet Health. So ist Vet in English. Auf Deutsch ist Tierarzt. Aber hier sie, so Tierärztin. So die Tierärztin. Er fährt den Bus. Er fährt den Bus. He drives the bus. Er fährt den Bus. So der Fahrer. Der. Er macht Fotos. Fotos bedeutet Pictures oder Fotos. So er macht Fotos. Der Fotograf.